Wir betreiben 15 Jugendzentren im Regionalverband. Davon alleine sieben in Saarbrücken. Wir beschäftigen 39 gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir verzeichnen im Durchschnitt wöchentlich 2785 Besuche. Die Altersspanne reicht von 10 bis 20 Jahren. 30 Prozent unserer Besucher sind Mädchen. Die Städte und Gemeinden des Regionalverbandes Saarbrücken stellen insgesamt 6461 Quadratmeter Freifläche für Kinder und Jugendliche in Jugendzentren zur Verfügung. Aber wen interessiert das schon? In Jugendzentren gibt es günstige Getränke und Snacks. Man kann gemütlich chillen, Freunde treffen und neue Leute kennenlernen, kostenlos im Internet surfen, in Ferien fahren oder Ausflüge und Konzerte selbst organisieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen dich bei allen Problemen und helfen dir auch gerne bei Bewerbungen. Und bei uns kannst du ein Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst machen. Wir bewegen die Jugend.